Hallo, ich bin der GameBob und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt Teil 201. Und wir sind immer noch hier auf dem Weg die Schatzsuche weiter zu machen, um die Greifaufausrüstung besser zu finden. Ich find's toll, das Spiel schlägt vor, es solltet in die eine Richtung reiten und wo reitet in die andere. Das ist eigentlich das Beste, was ich... nein, nein. So, dann kann ich hier eigentlich auch gleich Sachen verkaufen. Schwerte wie Reitet Brigade, okay. Axt, Knöppel, Knöppel, Axt. Bandfluch, Henkers Kapuze, Blödett oder Blödett oder so ähnlich, okay, weg. Das sieht irgendwie cool aus, dann lass ich mal... achso, hat sich das hier eh erledigt. Sind die besser? Nein, okay. Speichern, so. Speichern kann nicht schaden. Aber man merkt es auch beim Reinladen von neuen Objekten doch ein Stück besser geworden. Hm. So. 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 ist sehr besoffen das hat sich mal voll überwacht ich habe jetzt ein letztes hemd abgenommen als wenn man kalziummangel hat wie sie das verschlossen hat ist nicht irgendeiner von denen den schlüssel dabei ich wollte hier noch wegrollen ja so ist passiert bislang läuft das Spiel echt stabil ach scheiße ich habe hier nicht gespielt nein Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was bist du denn? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das sagt mir mal gar nichts. Turmruine eines Adeligen, okay? Okay. Go, go. Was ist das denn? Das war's. Was ist der Knopf? So. Das war's. 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 Was ist das Stench? Nicht so schnell, Roach. Geh, geh! Hey, da! Ach, das wartet sich in dem Zusammenhang mit dem. Hm... Might wanna look around some. Hm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Something heavy was dragged through here Bodies Why burn? 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 Da mache ich jetzt gleich die Quest da fertig, weil sonst fräst ich später irgendwann mal rum, wozu die Quest gehört oder was. Ich glaube, das sind der letzten paar Narben. Ich bin jetzt schnell. Ich bin jetzt schnell. Ich bin jetzt schnell. Come on! Come on, come on, come on, come on! Okay. Das sieht schon sehr schön aus. Ich muss hier rüber, der wollte mich hier runter schicken. Oh, das hat schon angefangen. Ah, das geht schon. Okay, ich habe doch da war was. Ach stimmt, wenn man nicht noch Wege entlang reitet, dann kommt ein Drachen im Kild rein. Okay. 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 Also hier war ich ja noch gar nicht. Jetzt habe ich mir das so anschloss. Moment. Das ziehe ich noch schnell durch. Wo Leute die Piepen hören. Na komm. Das ist meine Kopfhörer. Weil ich auf dem Kopfhörer die Batterie benutzen kann es natürlich sein, dass die Akkus irgendwann mal leer sind. Passiert. Passiert. Ja, das ist der einzige nach der Bettigen Kopfhörer. Aber das Vorteil ist halt da die 3er Batterien benutzen. Kann ich schnell on the fly auswechseln. Muss ich erst irgendein Kabel anstecken. Okay. So. Ui. Die Quest war ja auf jeden Fall noch zu Ende. Oh, das ist mal anstecken, aber um das kümm ich mich das nächste Mal erst. Ui. Da hat es gerade dezent gerufen und ich werde auf jeden Fall mein Speinball ruckeln. Das ist nie ein gutes Zeichen. Wer bist du? Warum schreitst du hierher? Schaust für Arbeit. Warte, warte. Zwei Schäden, Augen wie Schlitz. Du bist ein Wälder. Ist das so? Geralt von Rivia. Ich habe nicht den Namen gehört. Aber du findest hier Arbeit. Das weiß ich. Du hast es verloren, ein Wälder. Ein Wälder ist, ja. Du findest mein Hinweis? Nein. Findest ihre Fähigkeiten. Ein Female Wyvern hat sie verletzt. Sie wandert in ihr her hunting ground. Ein Wyvern? Bleib der Pist. Du findest etwas anderes. Du hast nicht die Jäden aus dem Schaust. Das war ein Death Squad. Led einige Redanian prisoners in den Weg. Exeggert sie. War ist so. Das ist so. Du verlierst. Wer verlierst die Jäden. Unser Mann hat nicht vergessen. Ein Mann hat sich nicht vergessen. Ein Mann hat sich die Jäden aus dem Wälder. Ob Sie leben können. Die Jäden in der Wälder sind in der Wälder. Das sind die Jäden aus Redania. Die Jäden von Redania. Wälder werden Sie nicht vergessen. Wälder werden sie vergessen. Ein weiterer Wälder will kommen. Sie will es fragen. Sie will von dem Wälder. In Nilfgaard, Der große Sonne wird über Bannern über den Kapitän fliegen. Um ehrlich zu sein... Das ist ja schön, aber in dieser Stille... Ich hoffe es hat gefallen, wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann, dann mit Pferneschlagbrettern. Bis dann!